Martin, große Saisonfinish am Samstag. Es geht nach München zum FC Bayern. Für beide Mannschaften geht es um sehr, sehr viel noch. Was erwartest du denn? Ja, es wird ein richtig heißes Spiel. Für uns das letzte Spiel in einer Top-Saison. Wir wollen natürlich nochmal alles raushauen. Das werden wir auch. Und dann wird man sehen, wie es ausgeht. Aber es wird bestimmt ein sehr umkämpftes Spiel werden. Für die Bayern geht es noch um die deutsche Meisterschaft. Die brauchen auch einen Punkt eigentlich, ähnlich wie wir, um uns für das internationale Geschäft zu qualifizieren. Wie erwartest du denn den FC Bayern am Samstag? Ja, so wie immer. Sie wollen extrem dominant auftreten. Das kennen wir vom FC Bayern. Wir wollen extrem gut dagegenhalten, gut pressen, gut angreifen und auch selber zu Torchancen kommen. Aber natürlich wäre es wichtiger, hinten bombensicher zu stehen. Und wenn wir das alles schaffen und gut auf den Platz bringen, dann werden schon Punkte rausschauen. Martin, du persönlich, du hast eingeschlagen wie eine Bombe hier in Frankfurt. Bist zu einem der Lieblinge der Fans geworden. Hast du damit gerechnet, dass das in so kurzer Zeit passiert? Natürlich kann man damit nicht rechnen. Es ist schon ein bisschen wie in einem Film für mich zurzeit. Ich sage immer, ich genieße es gerade extrem. Ich habe auch schon öfter gesagt, für mich ist es schade, dass die Saison jetzt zu Ende geht, weil ich gerade richtig Spaß habe an allem hier. Und deswegen hoffe ich natürlich über alles, dass ich zur Saison schon wieder hier bin. Das hoffen wir auch. Dankeschön, Martin. Das sind die 11 Fragen.